Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Heute zeigen wir euch einen RB mit einer Baurei 218 von Lindau nach Adolfzell, die sogenannte Bodenseegürtelbahn. Das ist eine eingleisige Strecke, die ziemlich direkt am Bodenseeufer ist und wir wollten euch noch sagen, dass der Umbau geklappt hat, den wir mit dem Umbau 25 erstmal abgeschlossen haben. Und zwar haben wir die Anlage jetzt in zwei Stromkreise geteilt und die Stromversorgung ist jetzt top. Alle Weichen funktionieren, auch wenn viele Züge unterwegs sind. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Film. Like und Abo nicht vergessen und noch einen schönen Tag. Ciao. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank. 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 Das wäre fein. Ciao.